In einer finsteren Zeit, in einem zwielichtigen Viertel von London, wird das Straßenmädchen Mary von ihrer Vergangenheit eingeholt. Sie tun mir weh. Gejagt von der skrupellosen Professorin Ashcroft, schmiedet sie ein Bündnis mit den Toten. Hat sie uns gerade Gruselkabinett genannt? Triff Oskar den Kläglichen. Es heißt der Schreckliche, verdammt! Ha! Aber sicher, kleiner Franz! Den unerschütterlichen William Wallace. Ich bin nämlich der Mann für Skoboge. Wie soll mit dieser Bestie Kontakt aufnehmen? Bonifatius, den Gesandten der Kirche. Warum will denn niemand die Hexe verbrennen? Hey! Schon mal was von Privatsphäre gehört? Einen Flaschengeist ohne Flasche. Irgendwie hatte ich mir einen anderen Tempel vorgestellt. Ich wusste gar nicht, wie interessant das Leben als Geist sein kann. Eine freundliche Meerjungfrau. Oh je, ein Stockfisch. Und einen furchterregenden Wehrwolf. Marys unglaubliches Abenteuer mit ihren irrwitzigen Freunden. Wunderbar! Nur du kannst entscheiden, wie dieses Abenteuer ausgeht. Das geht. Das geht. Down ran 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 von pouquinho yahoo! Das geht.